liebe freunde auf dem kanal vom old gaming dead lp servus weiter geht es hier in dem spiel osdriff ja da bin ich ganz schön am kämpfen habe schon gedacht ich muss noch mal von vorne anfangen die jammern zwar hier dass ihnen das brennholz fehlt aber wir haben genug brennholz also wenn ich da oben guck wir haben brennholz 10.700 stück müssen sich halt kaufen oder holen oder wie auch immer das ist nicht mein problem da haben wir ja auch euer holz 5000 im lager da gibt es ja bloß zu essen also von den leuten kaufen die was anbauen ja da habe ich ja nichts da habe ich nichts drinnen habe ich denn da oben achte die schmelze ist immer noch nicht fertig ich sollte aber mal langsam hier weiter gebaut werden können ich habe ja schon steine ok also was fehlt da noch alles 650 steine steine habe ich denn überhaupt das stone 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 133 das ist natürlich noch nicht die welt ok alles klar aber die sind ja hier am buddeln zwei auto lehams dafür wo rennen die denn rum was macht denn der da hinten der holz steine von da hinten was da sind doch gar keine das müssen wir mal beobachten das müssen wir ganz einfach beobachten man hat der auto lehrt er hat zwei stück der 194 ok ein worker noch ein worker zwei workers sie sind das lieben stone und stone muss hat der liebe stone also kalksteine und da puttelter da hat er hoch das haben wir jetzt gar nicht gesehen er läuft jetzt wieder nach hause der hat keine lust mehr ok schauen wir mal was der hier macht da puttel 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 hat 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 dieses auto voll ist und dann zurück ok alles klar wunderbar läuft doch wie geschmiert den ich denken family is moving was family is moving out was soll denn der scheiß so fell family is moving out die können nicht genug feuerholz finden ach komm erzähl doch kann kack hier ich habe doch feuerholz an was da habe ich doch zählt doch kein käs kann auch die warzen schweiz sein jetzt haben wir den hier feuerholz da 5000 stück hätten wir doch mal 2500 2500 temporary stock immer im stock warum haben die keine feuerholz verstehe ich nicht jetzt kann ich das geistig nicht nachvollziehen warum die keine feuerholz haben geld haben sie doch genug können sie sich halt auskaufen family is moving out ja warum kriegen die keine feuerholz verstehe ich jetzt nicht war der wohl gibt es irgendwo wir können ein stein ding kann man machen aber für holz das ist für pferde rücke rücke den trading post in post wo wir haben die stone sammelkiste habe ich rücke 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 das verstehe ich jetzt nicht ganz feuer holz menschen haben doch noch genug verstehe ich nicht wir haben doch feuerholz und wasser bloß holen warum klappt es mit dem feuerholz nicht das verstehe ich jetzt auch nicht ganz keine ahnung feuerholz da habe ich doch da habe ich doch auch im wahrenhaus habe ich 2000 stück feuerholz naja da will einer irgendwas kaufen schauen wir mal körper mehl verkaufen potatoes haben wir nichts sonnenflauer öl haben wir nicht haben wir nicht haben wir nicht mit teil parts nämlich das haben wir nicht und honig habe ich nichts im export ok wenn zwar was einkaufen was könnte man den einkaufen nägel braun und ich das brauche nicht das brauchen wir auch momentan noch nicht also viecher brauchen noch keine weil wir noch keine stelle und nichts haben ja dann eben nicht so da wird weiter gebaut ok also die schmelze wird weiter gebaut dann müsste auch aufpassen wenn er die schmelze baut die blockiert dann den schiffsverkehr ihr seht ja hier hier können dann keine schiffe mehr weiterfahren natürlich auch blöd gemacht irgendwie und die schiffe die handelsschiffe kommen von von hier das heißt also hier können wir irgendwo unseren hafen hinbauen eventuell und wenn ihr natürlich die schmelze hier vorne irgendwo hin baut dann kommen die schiffe nicht mehr bis zu euch dann könnte also mit den städten die mit schiffe kommen zum handeln die erreichen euch da nicht mehr das ist tun nicht so oder mal also da habe ich immer noch keine da habe ich keinen oder wohl dann machen wir das auch weg dann habe ich wie viel drinnen einen und einen hilfsarbeiter ok ja da habe ich einen drin da habe ich einen drinnen da war mal einer drin ok jetzt rennt er jetzt rennt er da lang ne wo holt denn der das zeug also den müssen wir mal den müssen wir mal verfolgen den müssen wir mal können wir nicht so hinterher tabeln wo rennt denn der hin das ist ja unheimlich wo der hinläuft wo findet der diese steinchen kalkstein ist das ne wenn man nicht alles täuscht ach du scheibenkleister wo läuft denn der hin da oben oder was ne der ist ja halb jahr unterwegs mit seinem kann kann ja nicht sein oder da rennt er hier ganz schön durch den wald durch wir werden wir mal verfolgen follow also gut verfolgen wir ihn mal darin der hin und holt dort so so aber kerl das ist aber kerl sage ich mal ok brauchen wir überhaupt kalkstein momentan er soll lieber steine sammeln naja gut naja gut was soll's die haben immer noch kein brennholz konstruktion schlacht die schmelze ist fertig das aber sag ich also da müssen wir auf jeden fall mal einen einstellen workers bei hands bei auto die brauchen wir auch die brauche ok und dann brauchen wir da ja die lassen die lassen wir einfach mal so und dann sollen die nämlich einmal anfangen hier schmelzen iron 1000 das ist aber auch nicht viel mehr geht da nicht ok na gut wo renten der jetzt sind ach der holt da wieder erst eisen gestein eisengestein holt er und dann rennt er da rein und dann fängt er die produktion an aha aha ok oder auch nicht 50 hat einmal cold 50 eisengestein sauber sag ich also brust erst einmal und der hat was hat er holt holzkohle ok und würfel bronze der braucht auf jeden fall noch ein 100 braucht er noch eine konstruktion was hat er denn gebaut ach so den brunnen den ersten brunnen haben sie da fertig gemacht weiten brunnen dann können wir nämlich da können wir nämlich diese brunnen hier da sind noch tausend drin wie können wir die abreißen einfach so ok und dann bauen sie hier den nächsten brunnen ein bisschen schief hingestellt aber nur ein bisserl wie schaut es denn da oben schon wieder aus die fangen wir schon wieder an ach ja siehste das wollte ich euch auch noch sagen wenn ihr einen bauernhof habt und ihr müsst immer darauf schauen die felder verbrauchen ja ressourcen nahrungsstoffe aus der erde je nachdem was ihr anbaut braucht es erheblich viel ressourcen aus dem boden also kartoffel brauchen viel und so weiter sonnenblumen etc können wir mal gucken 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 100 prozent oder wo wartendes gehen wir mal hierhin gehen wir mal dahin was ist jetzt schon wieder was wollen die von mir nach die wollen schon wieder was kann ich was verkaufen honig habe ich keinen deshalb habe ich nicht jetzt weg mit halb parts habe ich keine zum exportieren ok textilien brauche ich selber sonnöl habe ich keins potatoes habe ich keine auch selber und weizen ich habe kein weizen ich habe kein weizen was soll der scheiß moment ich habe kein weizen ich habe doch weizen ich habe doch mit und was wollte der wollte der wiet ach nee der wollte mehl 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 habe ich überhaupt mehl 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 habe ich überhaupt mehl 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 habe ich genug mehl muss je nicht mehr kann es sein was ich w 딥 sich reiß воines muss man teurig ist was ich hab kein mehl so habe ich kein mail eigentlich ich habe doch eine mühle was so so die dreht sich zwar aber die produziert nichts wie es ausschaut ha 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 schauen wir mal ob man arbeiter zusammen bekommen wahrscheinlich nicht wahrscheinlich kriegen wir keine zusammen ist ja immer noch kein feuerholz warum kriegst der feuerholz steht es nicht braucht aber auch nicht die da hinten kriegen kein feuerholz soll ja mal einer verstehen also pass auf also weg mit feuerholz irgendwie konnte es ja nicht sein und einmal haben wir hier feuerholz weil ich kann wir hier feuerholz 100 stück können wir doch noch was verkaufen das können wir eigentlich erst einmal abreißen hier werde ich weg damit abbauen da haben wir auch einen dann können wir das auch weg machen weil so viele brauchen wir ja da nicht und feuerholz wieso warum haben die kein feuerholz geld haben sie genug die könnten sich was kaufen die verdienen fünf geld und zahlen 1,7 tags bleibt ihnen also genug geld übrig und warum warum kaufen die sich kein feuerholz und kann ich das nicht wieder anklicken dann direkt resurs automatisch bei von lokalen produktion naja gut also auf jeden fall ist da alles nur essen drin das sind die alle das haben wir gestrichen das feuerholz das haben wir hier raus wie kriegen wir das weg gar nicht wie kriegt man das raus aus dem lager gute frage warum kriegen die da hinten kein feuerholz verstehe es nicht die arbeiten nix weil keiner da ist okay die habe ich raus geschmissen da haben das einen drin ok dann schmeißen wir halt da mal zwei arbeiter raus und stecken dort zwei arbeiter rein das muss langen wir sind im april und dann fangen die schon wieder das aussäen an ok alles klar und da haben wir einen drin und der macht weizen zum mehl gehe ich mal davon aus also manche sachen sind das schon noch irgendwie buch mit sieben siegeln der ich immer sagen fast warum kriegen die kein holz denen fehlt momentan wasser aber müssen halt zum brunnen gehen mein gott wo haben wir doch brunnen aber wieso kriegen die kein holz family is moving out und der schonstein raucht und sind ausgezogen weil sie kapitel holz kriegen die sind ja noch da finden nicht genug feuerholz wir haben doch feuerholz gehe ich jetzt nicht haus ist verkannt jetzt sind sie auszug jetzt sind sie weg ok wieso kriegen die kapitel holz wieso jetzt pass mal auf wenn wir jetzt wir probieren mal was aus wenn wir jetzt hier eine forestry hin klatschen ja da täte ich lieber noch felder hin klatschen das sollte friedhof sein und wenn ich die dahin klatsch die können doch über die grenze laufen oder nicht oder wie oder was ja da könnte man noch hier felder wir könnten wir müssen sowieso hier roten wie hund pass auf ich baue jetzt hier ich baue jetzt hier baue ich jetzt doch mal direkt an die grenz bauen wir jetzt bauen wir jetzt bauen wir hier was hin dann wieso kriegen die kein feuerholz ist das ist das zu weit demolition komplett was also das haben sie abgebaut den brunnen ok aber was die weiße linie hier bedeutet das weiß ich auch nicht vor allen dingen geht die von dem holz ach so heißt es dass dieses holz muss noch dahin damit der steinlager platz gebaut wird ah ja ok es wäre dann ja sinnvoll damit man das weiß dass das holz dafür bestimmt ist ok aber das stone ist fertig ungeblich type of resource of stone ach da kann ich nur stone machen stone ach limestone muss ich aha duner wetter dann brauche ich für iron ore brauche ich nicht da muss ich ja noch einmal eins noch einmal bauen duner wetzing hey da muss ich ja für das andere ding auch noch bauen hei 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 tun sie mich aber ganz schön ganz schön dran nehmen wir hier da müssen wir ja nochmal eins bauen da muss jetzt der baum weg das ist das selber nicht so machen wir das so machen wir das dann brauchen sie keinen baum abhacken dann geht das schon einmal schneller ne und dann bauen wir da nochmal eins hin 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 wo bauen wir das hin da hin ja das drehen wir geht das place ist besetzt ok ok place ist besetzt dann müssen wir den da hinstellen oder hier hin warte mal warte mal place ist schlag mich tot da können wir ihn nicht reinsetzen da können wir ihn reinsetzen ha ha moment geht das noch ein stück dahinter ne oha also da können wir es auf jeden fall hin machen so dann bauen wir da noch einmal ein stein behälter ja und da kommen wir dann die anderen steine rein ok alles klar alles gut so ich weiß aber immer noch nicht warum die kein feuerholz haben families out of fire gut geld haben verdienen sie doch genug ja das ist so ein problem was man nicht weiß warum die kein feuerholz bekommen warte mal da machen wir jetzt mal ach so wir sind schon wieder bei einer halben stund und wenn du mal arbeitet die schmelze jetzt die schmelzt anscheinend oder auch nicht also da schaut es ja auch schlecht aus mit arbeiter ok alles klar müssen wir hier nochmal welche rausschmeißen da haben wir ja bloß vier stück und hier haben wir zwei passen mal auf das schmeißen mal auf das schmeißen mal raus da die brauchen wir den einen brauchen wir auch manager weiblich die können wir nirgendwo einsetzen so die windmühle dreht wie hund obwohl doch einer drin ist ah ja der hat 30 mail hat er schon gemacht okay das ist ein super kerl ne das super kerl 30 mail hat er gemacht wahnsinn wie kriegen die feuerholz ist da jetzt einer eingezogen das haben sie mir jetzt aber eigentlich gar nicht gemeldet die sind ganz frisch gekommen die die haben noch kein geld und die haben 15 feuerholz haben sie wahrscheinlich selber mitgebracht oder was passt der geier was aber was wollen was wollen die hier die wollen was einkaufen oder können wir was verkaufen wir haben 500 im stock ja wenn man natürlich einmal große mengen verkaufen könnte das wäre natürlich nicht schlecht ne öl haben wir nicht da können wir 300 verkaufen das ist halt alles alles mäßig da mit 30 euro sag ich jetzt mal krebs darum ne mehl der braucht der haufen mail ne und ich kann nichts verkaufen weil ich noch keins habe ok chicken ah schuhe immer zehn stück können wir verkaufen wir können zehn horse schuhe verkaufen auch das gibt fünf euro lego mia madre ähm was haben wir denn noch iron können wir iron verkaufen haben wir nichts im stock ok iron wofür hätten wir denn überhaupt iron naja soviel haben wir ja eigentlich gar nicht rumliegen also gut was soll man denn kaufen wir werden noch mal kaufen warme klamotten 10 und textilien werden wir noch mal kaufen da kaufen wir 100 das könnten uns leisten ok und was haben wir noch live chicken live chicken also keine toten sondern lebendige so und die kommen wir jetzt hier alle drin 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 mit ihre karren zu mir und laden ab ok alles klar so und dann werden wir jetzt mal aufhören mit dem video und ich muss mal gucken wieso kriegen die kein feuerholz das würde mich jetzt einmal sehr sehr interessieren weil da kann ich kein feuerholz ok ok click 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 write to cancel click right to cancel was klick an rothrainerie to copy settings to it right click to kill also alles klar was ist jetzt wieder los was ist das macht die forestry was 899 bäume wissen noch weg dann können sie die bauen okay alles klar haben sie das schon fertig da müssen wir dann leim linie hin machen und da können wir die immer anhaken und die lassen wir auch und desto ist es schon fertig dann machen wir da auch ein heim hin und wieder noch und die lassen wir auch dann sollen die hier mal ein bisschen was tun oder da rennes aber um jetzt hier leckon mio madre schade das mal die morgen jetzt das ding voll einwandfrei hatte mal das ist ein lager so der hat zum sammeln hat er zwei boxen naja ok und jetzt machen wir das lager erst mal hier lehrt er wieder weiter sammeln können und tun hier erst mal alles rein damit es leer wird jojo okidoki ich verstehe jawohl da jetzt ist die arbeitskraft ausgegangen jetzt mögen es nicht mehr ja 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 da haben wir noch einen drin da haben wir die 2 die brauchen wir einen brauchen hier gut was mache ich denn mit dem wahren haus jetzt wenn ich da das hat doch keinen sinn nicht das hat doch keinen sinn nicht ich habe 2000 in dem warenhaus und wie wären eigentlich doch bedienen die sich doch aus dem warenhaus dann wenn die sich doch feuerholz holen jetzt weiß man nicht was sie sich holt verstehe ich jetzt nicht ganz da muss ich wirklich mal googeln an was das es liegt dass die kein feuerholz kommen bei feuerholz haben doch genug dunnerwetter noch einmal da ist ja bloß essen drin und da in dem warhaus holz bretteln pass mal auf da haben wir doch auch feuerholz da haben wir auch feuerholz drinnen in dem warenhaus und die holen sich keins warum holen die sich keins verstehe ich jetzt nicht liebe leute und was macht er hier ach so der der brauchte geld oder der zweiten haufen ok kriegt eine finanzspritze ja jetzt muss ich den auch noch unter den arm greifen witzig noch einmal naja gut jetzt habt ihr erst einmal gesehen wie man hier eigentlich kämpfen darf kann und muss und schauen muss warum dass die kaffee holz haben sehr sehr komisch na gut leute wenn es euch gefallen hat was sagt er denn da der ist voll oder oder holt die jetzt feuerholz oder was oder wie hallo was heißt es jetzt 10.800 heißt es jetzt das ist voll ja wahrscheinlich ich verstehe es nicht morgen dann verstehe ich das nicht so die arbeiten aber noch nicht mehr okay alles klar alles klar wir haben keine leute ist es alles zu wenig na gut also noch einmal wenn es euch gefallen hat liebe leute dann macht einen daumen hoch schreibt einen kommentar wenn du was speziell wissen wollt dann stellt fragen ich hoffe ich kann sie dann auch beantworten wenn nicht dann muss ich halt auch mal googeln haha weil das spiel ist gar nicht so einfach ja und da würde ich mich natürlich auch freuen wenn leute den kanal abonnieren würden wäre natürlich eine super sache und ansonsten sage ich dann erst einmal holt trio bis zum nächsten video tschüss bei bei adw.de euer old gaming dead lp